Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Damit würdet ihr mir total helfen und ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute möchte ich euch mal wieder die Sachen zeigen, die ich in den vergangenen Tagen aufgebraucht habe. Das sind so einige, wenn ich mir so meinen Tisch vor mir so angucke. Und ich möchte euch natürlich berichten, wie mir die Produkte gefallen haben, ob ich eventuell Kritik daran habe, ob ich sie wieder kaufen würde und wie halt allgemein so das Pflegeerlebnis oder andere Erlebnisse mit diesen Produkten waren. Fangen wir auch gleich mal an mit Tuchmasken. Da habe ich wieder einige aufgebraucht. Und zuallererst möchte ich euch natürlich gerne diese Koala Tuchmaske zeigen. Ja, von der habe ich ja schon total geschwärmt, als ich sie bei Action gekauft habe. Ihr könnt in einem der vergangenen Halls das denn sehen, ja, wie etwas kindisch begeistert ich über eine Koala Tuchmaske war. Ich liebe nämlich Koalas. Das sind, ja, die gehören zu meinen absoluten Lieblingstieren. Und ja, ich wollte dann natürlich auch gerne eine Koala Tuchmaske haben. Jetzt hatte ich endlich eine, sah natürlich sehr geistreich aus, als ich sie hatte. Die Maske an sich war auch wirklich nicht schlecht. Also sie war jetzt nicht so wahnsinnig gut wie andere Masken, die ich schon von Action verwendet habe, die halt extrem gut sind. Die mit Retinol, Kollagen und Niocenamid. Über die hatte ich euch ja auch schon öfters mal berichtet. Die hier war jetzt auch ganz gut. Hat ganz ordentlich gehaftet. Also lag nicht so gut auf dem Gesicht wie die anderen Masken, von denen ich euch gerade berichtet habe. Aber war definitiv in Ordnung. Also ich kann mich nicht beschweren. Der Duft war auch angenehm. War so ein bisschen nach Gurke, würde ich sagen. War schön erfrischend. Meine Haut hat sich danach gut angefühlt. Es gab keine Irritationen und Reizungen. Also ich würde sagen, Koala Maske war wirklich in Ordnung. Ja, war gut. Kann ich mich nicht beklagen. Eine weitere Tuchmaske, die ich aufgebraucht habe, war diese hier ebenfalls von Action mit grünem Tee. Die habe ich mir erst letztens mitgenommen aus einer Action Filiale, die ich zum ersten Mal besucht habe. Und diese Maske hatte meine Stamm-Action Filiale nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich sie doch mal mit und probiere sie aus. Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war wirklich nicht schlecht, aber halt auch nicht wirklich gut. Also das Vlies war halt ein bisschen widerspenstig. Also gerade in diesem Bereich hier hat sich das relativ schnell wieder abgelöst. Und das mag ich immer nicht so, wenn Tuchmasken das machen, weil ich natürlich auch den unteren Bereich meines Gesichtes pflegen möchte und auch hier den Ansatz zum Hals. Und wenn da die Maske sich halt ständig ablöst und nicht gut haftet und halt die Inhaltsstoffe dann auch nicht auf die Haut kommen, dann stört mich das so ein bisschen. Die Verpackung ist halt mega niedlich. Deswegen habe ich auch da zugegriffen und weil ich sie noch nicht kannte. Ganz ehrlich würde ich jetzt aber nicht unbedingt nochmal mitnehmen. Also war jetzt nicht so toll, dass ich sage, wow, die gehört zu meinen absoluten Lieblingsmasken. War okay, aber definitiv auch schlechter als die Koala-Maske. Eine weitere Maske von Action, die ich ebenfalls nicht unbedingt nochmal wieder kaufen würde, ist diese Maske hier. Der Geruch war eigentlich ganz gut. Also sollte nach Vanilla duften. War auch absolut so. Aber die hat sich halt super schnell vom Gesicht wieder abgelöst. Die war, glaube ich, nach zwei, drei Minuten trocken und ist dann halt hier im Kinnbereich, hier im Nasenbereich, auch an der Stirn, hat sich das total schnell abgelöst. Also ihr kennt bestimmt diesen Bereich hier zwischen Nase und Lippe. Den bewegt man ja auch, weil ich kann es halt meistens nicht einrichten, dass ich die Zeit, während die Maske einwirkt, gar nicht spreche. Und dann hat man hier halt so einen trockenen Streifen dazwischen. Und ja, war jetzt halt wirklich nicht so das tolle Pflegeerlebnis. Würde ich, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Also da hat Action halt wirklich eindeutig bessere Tuchmasken. Dann habe ich noch eine weitere Tuchmaske verbraucht. Und zwar diesmal nicht von Action, sondern von Rossmann. Da hatte ich mir die Nyazinamid-Maske mit Wildrose mitgenommen. Ich fand die ganz gut. Also Nyazinamid tut meine Haut ja sowieso immer ganz gut. Der Duft, ja so leicht nach Rose, hat mir auch gut gefallen. Aber auch hier hatte ich halt wieder das Problem, dass das Vlies eigentlich ein bisschen zu dick war für eine Tuchmaske. Dass es nicht gut und lange gehaftet hat. War besser als bei der Maske, die ich euch gerade zuvor gezeigt habe. Aber halt auch nicht optimal. Also deswegen war in Ordnung. Aber wenn ich überlege, ich habe halt diese Tuchmasken mit Nyazinamid von Action, die mir halt richtig, richtig gut gefallen, wo ich halt überhaupt keinen Kritikpunkt habe, dann würde diese Maske halt eindeutig den kürzeren ziehen. War wirklich nicht übel, aber würde ich halt auch nicht unbedingt nochmal kaufen, weil ich halt einfach Masken kenne, die ich halt noch besser finde. Und ja, die Tuchmasken, die ich dieses Mal verbraucht habe, waren halt eher so durchschnittlich. Bis auf die Koala-Maske, die halt den eindeutigen Pluspunkt hatte, dass sie halt eine Koala-Maske ist, weil die halt super niedlich aussah. Dann habe ich Produkte, die ich bisher in den Aufgebraucht-Videos noch gar nicht aufgegriffen habe, nämlich Snacks. Also eigentlich ist das ja dann auch für Pflege- und Kosmetikprodukte gedacht. Aber dieses Mal habe ich zwei Snacks gehabt, wo ich gedacht habe, die muss ich euch einfach zeigen. Und zwar sind das diese hier von Trader Joe's. Die habe ich bei Aldi gekauft. Das sind Fruits & Nuts & Seeds Snacks. Also keine klassischen Süßigkeiten an sich, so wie Schokolade oder ähnliches, sondern halt eher so aus natürlicheren Inhaltsstoffen. Ist natürlich immer noch ein Snack, eher so Richtung Süßigkeit. Also jetzt nicht, dass man sagt, oh, die sind wahnsinnig gesund, als würde ich irgendwie frisches Obst essen. Aber ich sage mal, wenn man halt total Lust auf was Süßes hat, ist das für mich die eindeutig bessere Alternative zu Weingummi oder zu Schokolade oder ähnliches oder Keksen und sowas. Und erst mal nicht nur gesündere Alternative, sondern wow, waren die lecker. Die gibt es bei Aldi für, ich glaube, 2,25 Euro kostet ein Tütchen. Ich habe mir jetzt beide Sorten, die dort waren, mitgenommen. Einmal mit Feige, Walnuss und Chiasamen. Das ist hier die lilane Verpackung. Die war ziemlich lecker. Also die Grundfruchtmasse hat so ein bisschen nach Rosinen geschmeckt. Also wer Rosinen nicht mag, dann ist das nichts für euch. Aber ich mag Rosinen eigentlich ganz gerne. Die Chiasamen haben halt noch so eine leicht knusprige Note mit reingebracht. Und die Nussstücke waren halt auch irgendwie eine gute Ergänzung zu den süßen, fruchtigen. War sehr, sehr lecker. Aber richtig, richtig geil waren die hier in der Orangenverpackung. Die waren mit Datteln, Haselnussstückchen und Kokosnussraspeln. Und oh mein Gott, waren die lecker. Ich hätte am liebsten die ganze Tüte aufgefuttert. Aber man schafft das eigentlich auch gar nicht wirklich. Nach drei oder vier Bällchen reicht das wirklich. Und das ist natürlich auch, wenn man sagt, okay, ich will ein bisschen snacken, ich will ein bisschen naschen. Aber wenn man denn nach so drei oder vier Bällchen sagt, okay, Süßigkeiten, Hunger ist gestillt, war lecker, war richtig, richtig lecker. Aber reicht jetzt auch wirklich hin, ist das halt wirklich absolut genau das Richtige. Ich habe die so gefeiert. Die waren ja so unglaublich lecker. Also das kann ich euch gar nicht beschreiben, war mega. Würde ich auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich das nächste Mal bei Aldi bin. Also da würde ich, also die hier waren gut. Die würde ich auch wieder kaufen. Aber wenn die da sind, würde ich eindeutig die mitnehmen. Und zwar in großen Mengen, in rauen Mengen. Waren mega gut. Wollte ich euch halt einfach mal zeigen, für den Fall, dass ihr die vielleicht noch nicht kennt, aber vielleicht auch mal zwischendurch ein bisschen Lust auf was Süßes zum Snacken habt, kann ich euch die wirklich empfehlen. Ganz, ganz, ganz lecker. Ja, wollte ich halt dieses Mal ins Aufgebraucht-Video mit reinnehmen. Pflegt zwar nicht äußerlich die Haut und so weiter, pflegt aber dann irgendwie innerlich, weil man sich dann halt einfach mit diesen Snacks immer was Gutes tut. Dann habe ich Produkte für die Haare aufgebraucht. Und zwar einmal das Panthen Provi Repair & Care Shampoo. Das hatte ich in einer Probegröße bekommen mit 90 Millilitern. Hat mir wirklich gut gefallen. Hat jetzt für mehrere Haarwäschen gereicht. Meine Haare haben sich danach immer gut angefühlt. Also nicht irgendwie trocken oder sowas. Fand ich wirklich angenehm. Würde ich mir halt auch definitiv in der großen Flasche nachkaufen. War ein angenehmes Shampoo. Dann habe ich auch von Action eine Haarmaske aufgebraucht. Und zwar mit Mango und Passionsfrucht. Ich hatte ja diese Art von Masken Schummel ausprobiert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hatte ich mir bei einem Einkauf bei Action gleich alle Sorten von dieser Reihe mitgenommen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch noch eine mit Avocado oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall eine Haarmaske habe ich bei mir noch im Regal stehen. Hat mir wirklich gut gefallen. Hat gut gerochen. Hat meine Haare schön weich gemacht. Schön gepflegt. Auf jeden Fall eine gute Haarmaske. Kann ich euch empfehlen. Ist, glaube ich, auch nicht allzu teuer. Ich glaube 95 Cent oder irgendwie so um den Drehkosten. Die war prima. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich leer gemacht. Ein Duschgel. Und zwar von der Firma Share. Erstmal, die muss ich sozusagen loben. Weil man halt nicht nur ein Pflegeprodukt für sich selber kauft. Hier hinten steht nämlich mit drauf. Wir glauben, dass Teilen glücklich macht. Deswegen spendest du mit jedem von dir gekauften Duschgel ein Hygieneprodukt an Menschen in Not. Das finde ich natürlich erst mal richtig, richtig gut. Also, dass mein Einkauf halt nicht nur mir irgendwas Gutes tut, sondern auch einem Menschen, der es halt deutlich nötiger hat noch als ich. Also, der sich das vielleicht nicht leisten kann. Finde ich richtig, richtig gut. Deswegen würde ich von dieser Firma auf jeden Fall auch weitere Produkte kaufen. Also, finde ich halt einfach schön, wenn man halt nicht nur für sich was kauft, sondern gleichzeitig auch noch irgendwie sich sozial ein bisschen einbringen kann. Außerdem war das Duschgel an sich auch wirklich, wirklich gut. Also, der Duft nach Orangenblüte und weißem Tee hat mir natürlich erst mal mega gut gefallen. Ich mag ja Orangendufte total gerne. Und auch, dass die Verpackung halt wirklich recycelbar ist. Das ist ja auch nicht bei jedem Produkt so. Hat mir auch gut gefallen. Duft war super. Duschgel war toll. Hat sich toll verteilen lassen. Hat einen schönen Schaum verursacht. Mini-Minuspunkt hatte ich, aber ich glaube, das lag halt wirklich nur in dieser einzelnen Tube, die ich hatte, dass mir die Tube in der Einkaufstasche ausgelaufen ist. Und als ich dann meinen Einkauf einsortieren wollte, hatte ich auf einmal überall ganz viel Duschgel auf den anderen Produkten. Und ich dachte so, hoch, wo kommt denn das her, bis ich halt den Übeltäter entdeckt hatte, dass irgendwie, ja, ist es während des Transports wohl irgendwie aufgegangen oder wurde zu sehr gedrückt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben andere Produkte sehr auf die Tube gedrückt. Oder es war vielleicht auch nicht richtig zugemacht worden. Kann ja sein, dass manche Leute in der Drogerie halt schon mal aufmachen, dran schnuppern und das nicht nochmal richtig zumachen. Vermute ich einfach mal, dass irgendwie sowas passiert ist. Also keine Kritik an dem Produkt an sich. Das war wirklich, wirklich gut. Hat mir total gut gefallen. Ich hatte halt nur mit dieser Tube kurz nach dem Einkauf ein bisschen Pech, dass ich halt leider halt schon eine ordentliche Portion Duschgel in der Einkaufstasche hatte und eben nicht in der Dusche. Deswegen habe ich die danach dann halt vergleichsweise schnell aufgebraucht, weil ich halt nicht wusste, woran dieses Auslaufen lag. Und dann wollte ich das halt bei mir nicht ins Regal stellen, weil es hätte ja die Gefahr bestehen können, dass das Duschgel nochmal ausläuft. Und dann habe ich auf einmal ganz viel Duschgel bei mir im Regal und das musste halt nicht sein. Deswegen kam es gleich zur Anwendung. Aber die Anwendung hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also das Duschgel kann ich euch allen deutlich empfehlen. Dann ist bei mir ein Puder leer geworden und zwar der HD Setting Powder von Rival Loves Me. Den fand ich auch ganz gut an sich, nur die Verpackung fand ich nicht optimal. Das ist ein loser Puder und der hatte, ich zeige euch das mal, jetzt hat er nämlich das nicht mehr hier so eine Plastikeinlage, wo viele kleine Löcher drin waren, wo man den Puder dann rausschütteln kann. Ich hatte das am Anfang so gemacht, dass ich den Puder halt durch diese kleinen Löchlein hier in den Deckel geschüttet habe. Aber es kam halt immer super wenig Puder raus. Also ich musste halt wirklich, wenn ich mir das Gesicht pudern wollte, bestimmt zehnmal Puder in den Deckel nachschütten. Und das hat mich irgendwann ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte so, ich will jetzt einfach nicht ewig und drei Tage Zeit damit verbringen, Puder in den Deckel zu schütteln, um mir das Gesicht zu pudern. Deswegen bin ich ein bisschen rabiat geworden und habe diese Plastikeinlage rausgebrochen. Ich glaube, man sieht hier auch noch, dass es halt nicht ganz so gut geklappt hat. Dass auch ein Stückchen hier von dem Plastikbereich rausgebrochen ist. Dann hat er mir richtig gut gefallen, weil dann hatte ich einfach losen Puder hier in der Verpackung. Konnte halt immer mit meinem Pinsel da reingehen, ein bisschen aufnehmen, abklopfen und mir das Gesicht pudern. Ja, also diese Plastikeinlage, die natürlich beim Dosieren helfen soll und die auch eigentlich dabei helfen soll, dass der Puder nicht überall in der Gegend rumfliegt, hat mich eher ein bisschen behindert beim Gesicht pudern. Aber ich konnte mir ein bisschen behelfen, um mir das sozusagen so zu editieren, dass der Puder denn doch sehr gut für mich funktioniert hat. Den Puder an sich mochte ich, also hat gut gerochen, hat schön gesettet, also hat auch lange gehalten. Also ich habe viele, viele Stunden halt wirklich ein mattiertes, gesettetes Gesicht gehabt. Aber ganz ehrlich weiß ich halt nicht, ob ich ihn nachkaufen würde, eben wegen dieser Plastikeinlage, die ich ja dann auch wieder erstmal entfernen müsste. Ich weiß halt nicht, ob ich das denn wieder so hinkriege, dass ich die Verpackung leicht beschädige und es aber trotzdem noch verwenden kann. Kann ja sein, dass ich diesmal die ganze Puderdose kaputt breche, bei dem Versuch, das da rauszukriegen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nochmal nachkaufen würde, weil naja, ich habe dann halt auch einfach auch noch bessere Puder von Riva Loves Me. Also der Puder an sich war wirklich gut, aber ich meine halt besser in der Hinsicht auf die Verpackung. Zum Beispiel den Holy Grails Puder, den habe ich ja mehrfach gekauft, der einfach mega gut ist. Und da wurde das mit der Verpackung halt viel, viel besser gelöst, dass man halt so ein kleines, flexibles Netz hat, damit der Puder nicht wild in der Gegend rumfliegt. Finde ich halt so viel besser und das hat mir halt von der Verpackung nicht so gefallen. Deswegen, ja, ich glaube eher nicht so, weil mich halt die Verpackung eher so ein bisschen abhält, das Produkt nochmal nachzukaufen. Leer geworden ist bei mir das Prep & Prime Fixing Spray von MAC. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also das war bisher wirklich eins meiner Lieblings Fixing Sprays. Hat mega gut funktioniert, hat ewig und drei Tage gehalten, hat gut gerochen, hat einen guten Sprühnebel. Also an diesem Fixing Spray habe ich absolut überhaupt nichts auszusetzen. Top Produkt, mega, mega gut, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Aktuell habe ich ja das Fixing Spray von Morphe in Verwendung. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Das Einzige, ja, was an dem Produkt nicht ganz so schön ist, ist der Preis. Also ich habe das für den Online-Preis bekommen, für etwa 17 Euro bei Douglas. Ich glaube, sonst kostet es sogar noch ein bisschen mehr bei Douglas, um die 20 Euro. Ist natürlich ein happiger Preis für ein Fixing Spray, aber es funktioniert halt auch einfach krass gut. Also es ist wirklich ein absolutes Top-Fixing Spray. Wenn ihr eins sucht, was wirklich guten Sprühnebel hat, gut riecht, gut hält, dann ist das auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Super Fixing Spray, habe ich gern verwendet. Bin ich auch ein bisschen traurig, dass es jetzt leer ist. Aber wie gesagt, ich habe ja die Alternative von Morphe, die halt ja ganz, ganz ähnlich gut ist. Dann ist bei mir leer geworden eine kleine Zahnpasta. Ich verwende ja normalerweise die Zahnpasta von Meridol, die mir auch mega gut gefällt und die halt gut Zahnfleischentzündungen vorbeugt. Aber ich hatte die hier halt als Probe bekommen und ich dachte so, naja, wäre ja jetzt blöd, wenn die ewig und drei Tage bei mir irgendwie im Regal rumliegt. Deswegen habe ich sie jetzt einfach mal aufgebraucht. Die hat jetzt auch tatsächlich nur für ein paar Tage gehalten. Es sind halt nur 15 Milliliter drin. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der Geschmack war ganz in Ordnung. Nicht ganz so frisch und minzig wie die Zahnpasta von Meridol, die mir dann doch ein Tuck besser noch gefällt. Also weil man dann einfach länger so ein frisches Gefühl im Mund hat. Aber war halt wirklich in Ordnung. Also ist definitiv keine schlechte Zahncreme. Aber ich weiß halt nicht, ob sie langfristig gesehen halt genauso gut gegen Zahnfleischentzündungen ist. Deswegen denke ich, werde ich halt bei der von Meridol bleiben, weil ich da einfach sicher gehen kann, dass mein Zahnfleisch halt sich nicht entzündet, dass ich da halt genau das richtige Produkt habe, das mir dagegen hilft. Deswegen war das jetzt ein kleiner Exkurs in Richtung Oral-B. Aber ich glaube, ich werde bei Meridol bleiben. Dann ist leer geworden ein Salzöl-Peeling von Isana. Das ist ja aktuell mein absolutes Lieblings-Peeling für den Körper. Oh, ich liebe das so hart. Das hat so einen tollen Peeling-Effekt. Also die Haut fühlt sich danach wirklich so weich und samtig an. Und es riecht toll. Also dieses Orangenöl, was da drin ist, das riecht so fantastisch. Und pflegt halt gleichzeitig die Haut auch noch beim Peelen. Also man schrubbt nicht nur die abgestorbenen Hautschüppchen runter, sondern gleichzeitig kommt durch das Öl auch noch eine super tolle Pflege auf die Haut. Und danach, wenn ich aus der Dusche komme und mich abtrockne, wow, also meine Haut fühlt sich so fantastisch an. Und ich rieche halt auch sehr, sehr gut nach diesem Peeling. Also einfach ein Megaprodukt. Ich feiere das so hart. Ich habe zum Glück halt mehrere Dosen davon gekauft, weil ich das einfach so gern verwende. Und Rossmann hat das ja jetzt aktuell leider nicht mehr bei sich im Assortiment. Aber ganz, ganz tolles Peeling. Mega gut. Und ich bin halt wirklich immer jedes Mal ein bisschen traurig, wenn eine Dose leer wird, weil ich genau weiß, okay, mein Vorrat schmilzt langsam dahin. Und irgendwann werde ich dieses tolle Peeling-Erlebnis nicht mehr haben können. Aber es ist halt einfach zu gut, um darauf zu verzichten. Deswegen wende ich es halt doch regelmäßig an. Dann ist ein Produkt bei mir nicht wirklich aufgebraucht, sondern eher kaputt gegangen. Und zwar ist das ein Haargummi, also hier so ein nachgemachtes Invisibobble von DM, also so ein Eigenmarkenbobble irgendwie. Da ist was passiert, was mir tatsächlich bei den originalen Invisibobbles noch nie passiert ist. Also ich will nicht sagen, dass es da nicht passieren kann, sondern es ist nämlich einfach gerissen hier an dieser Schweißnaht oder Klebennaht. Irgendwann hatte ich einen Zopf und auf einmal macht es ping und ja, meine Frisur löste sich in Wohlgefallen auf oder eher nicht so wohlgefallen, sah dann ein bisschen komisch aus. Und das Haargummi lag dann irgendwie zerrissen auf dem Boden. Dabei habe ich jetzt gar nicht so krass dicke Haare, dass man sagt, okay, dieser mächtige Zopf, der hat auf jeden Fall das Haargummi gesprengt. Aber ich vermute halt mal, dass die nachgemachten Produkte vielleicht nicht ganz so hochwertig verarbeitet sind, dass es halt schon mal passieren kann. Also mir ist es, glaube ich, zwei, dreimal schon mit solchen nachgemachten Invisibobbles oder diesen Eigenmarkenbobbles passiert. Und natürlich auch mit Haargummis aus Stoff, die sind mir halt auch schon mal gerissen. Ja, wollte ich euch halt einfach zeigen, irgendwie ja, ist sozusagen aufgebraucht, kaputt gegangen und ja, kommt jetzt in den Müll, weil damit kann man halt einfach nichts mehr anfangen. Man kann vielleicht ein bisschen rumspielen, aber ja, wenn man Stress hat am Schreibtisch und die Kollegen nerven oder sowas, ja, dafür könnte ich es vielleicht noch verwenden, aber naja, wäre vielleicht auch ein bisschen ausfällig, das zu tun. Leer geworden ist bei mir, beziehungsweise abgebrannt, eine Duftkerze. Und zwar ist es die Duftkerze, von der ich euch bei dem Thomas Philips Hall berichtet habe. Da habe ich mir die Orangen-Duftkerze geholt und diese hier, die hat diesen tollen, sanften, winterlichen Duft. Und wow, hat die mir gut gefallen. Die habe ich halt wirklich jeden Abend angezündet, weil ich den Duft sehr, sehr, sehr geliebt habe. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal in diesem Laden bin, mir die nachkaufen. Ich hoffe, die haben die denn noch. Das ist ja schon eine Weile her, seit ich da war. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die noch da sind, weil dann würde ich mir auf jeden Fall einen Vorrat von diesen Kerzen anlegen, weil das einfach ganz, ganz, ganz toll gerochen hat. Also die Duftkerzen haben mir mega toll gefallen. Also kommen halt fast an meine Lieblingsduftkerzen von Ikea dran, war auf jeden Fall mega gut. Tolle Duftkerze, kann ich sehr eindeutig empfehlen. Es ist mal wieder ein Serum leer geworden und zwar das Liftflash Serum von Christian Breton. Christian Breton ist ja eine Firma, die ich sehr, sehr gerne verwende in Sachen Hautpflege. Ein paar Produkte haben bei mir nicht so gut funktioniert, unter anderem das Wimpernserum, das bei mir irgendwie so gar keinen Effekt hatte. Aber die Seren mag ich halt sehr, sehr gerne, genauso wie die Gesichtscreme. Hier ist jetzt mal wieder ein Serum leer geworden, das ich halt regelmäßig verwendet habe. Ja, hat mir gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Versprechen, dass man sofort irgendwie jünger, glatter, ebenmäßiger aussieht nach Verwendung dieses Serums, ob dieses Versprechen eingehalten wurde. Aber es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Es ist schön schnell eingezogen, hat keinen klebrigen Film hinterlassen, hat leicht geduftet, also nicht zu intensiv, waren auch nicht zu viele Duftstoffe drin. War auf jeden Fall ein schönes Serum. Ich habe das, glaube ich, einmal noch bei mir im Regal stehen. Also hatte ich mir vor einiger Zeit ein Backup gekauft. Aber ich glaube, ich mache jetzt erst mal die anderen Seren leer, die ich aktuell noch offen habe, weil ich will nicht zu viele Produkte gleichzeitig offen haben, weil irgendwann laufen die auch ab, obwohl ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ich ein Serum schneller aufbrauchen würde als die angebenden sechs Monate, die man die offen haben soll. Dann habe ich noch einige Sachen im Bereich Hautpflege aufgebraucht. Und zwar einmal eine Handcreme von der Müller-Eigenmarke Aveo aus der Limited Edition mit Mango- und Papaya-Duft. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also hat schön meine Haut an den Händen gepflegt, hat toll fruchtig geduftet, ist schön schnell eingezogen, kein fettiger oder klebriger Film auf der Haut. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es diese Limited Edition bei Müller noch gibt. Falls ja und ich das nächste Mal bei Müller bin, würde ich mir diese Handcreme auf jeden Fall nachkaufen. Die war ja auch wirklich ziemlich günstig. Die hat sich so preislich wie die Eigenmarken von Rossmann und DM bewegt. Also war wirklich eine tolle Handcreme. Kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Hat mir gut gefallen. Und so ein toller, fruchtiger, sommerlicher Duft. Ja, hat mir mega gut gefallen. Dann habe ich von Nivea ein Body Moose aufgebraucht. Das hatte ich euch ja auch gezeigt in dem Haul von Thomas Phillips, dass ich mir das gekauft habe. Ja, das war so ein bisschen interessant. Ich glaube, ihr seht es hier jetzt auch nochmal, dass die Infos zum Produkt halt in irgendeiner Sprache stehen, die ich nicht verstehen kann. Also falls ihr das erkennt und verstehen könnt, könnt ihr mir gern sagen, welche Sprache das ist. Ich weiß es leider nicht. Das Body Moose an sich hat mir sehr gut gefallen. Also es war erst mal so was anderes, sich damit einzucremen. Weil normalerweise hat man halt eine Body Lotion, die man aus dem Tiegel nimmt oder aus einer Tube drückt und sich dann damit eincremt. Das war halt, man drückt drauf, wie bei so einem Deo Spirit hatte dann so eine Handvoll Moose und hat sich das dann auf dem Körper verteilt. War natürlich erst mal ein bisschen anderes Pflegeerlebnis. Hat gut gerochen. Ist total schnell eingezogen. Das hat mir total gut gefallen. Also gerade morgens, wenn man sich halt dann doch irgendwann relativ zeitig noch anziehen muss nach dem Duschen, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich hatte nur den Eindruck, dass halt die Pflege an sich nicht so wahnsinnig lange vorhält. Also ich habe das oft bei Body Lotions oder Cremes, dass ich mich morgens damit eincreme und auch noch mittags oder so das Gefühl habe, dass meine Haut halt schön gepflegt ist. Also dass sie sich schön seidig und glatt anfühlt. Da hatte ich bei dem Produkt das Gefühl, dass es relativ schnell wieder weggeht. Also schon nach ein, zwei Stunden dachte ich so, eigentlich könntest du dich mal wieder eincremen. Du merkst halt gar nicht, dass du dich eingecremt hast. Deswegen habe ich das dann halt nicht abends verwendet, weil ich abends dann doch ein bisschen reichhaltige Pflege haben möchte, dass man das alles richtig schön einziehen kann, während ich dann über Nacht schlafe. Ja, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich halt an diesem Produkt habe, weil ansonsten Geruchkonsistenz und das schnelle Einziehen hat mir mega gut gefallen. Nur halt wirklich, wie gesagt, dass ich dann schon nach ziemlich kurzer Zeit das Gefühl hatte, eigentlich könntest du dich mal wieder eincremen. Das war der einzige Kritikpunkt an diesem Produkt. Ansonsten hat es mir wirklich gut gefallen und ich würde mir so ein Body Mousse auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Also muss jetzt nicht explizit dieses Body Mousse sein, kann auch natürlich von einer anderen Firma sein, in einer anderen Duftrichtung. Aber prinzipiell so zwischendurch, wenn ich irgendwie mal denke, so okay, Body Lotion ist mir gerade ein bisschen zu langweilig nur als Pflege, dann kann ich mir so ein Mousse auf jeden Fall auch gut vorstellen. Oder eben ein Sorbet, was ich aktuell in Anwendung habe. Das ist noch nicht aufgebraucht. Das werdet ihr dann wahrscheinlich in einem der nächsten Aufgebraucht-Videos sehen. Ich hatte mir auch von Aveo so ein Body Sorbet gekauft und wow, das ist auch eine ganz, ganz tolle Textur. Aber dazu denn später, wenn es auch tatsächlich aufgebraucht ist. Weil das Body Mousse ja nicht so eine reichhaltige Pflege war, hatte ich mich dann abends dann eher mit solchen Cremes eingecremt. Und zwar hatte ich hier von Balea einmal die Pflegecreme aus der Reihe You're the Sweetest, also mit duftet nach Keksen und Schokotrops. Und einmal You Make My Day mit dem Duft von Orange und Vanille hatte ich mich dann eingecremt. Weil diese Cremes in diesen kleinen Metalldöschen, die sind halt super reichhaltig. Also die sind halt auch relativ dick. Also man braucht auch eine ganze Weile, dass man das alles schön verteilt hat. Aber die haben mir jetzt ziemlich gut gefallen, weil die mit der Körperwärme irgendwie relativ gut geschmolzen sind. Also ich habe solche Cremes in solchen kleinen Metalldosen auch schon von Isana verwendet. Und da hatte ich dann tendenziell eher das Gefühl, dass die ziemlich lange brauchen, bis sie eingezogen sind und sich irgendwie mit der Haut verbunden haben. Das war bei den beiden von Balea jetzt nicht so. Also ja klar, es war schon ein bisschen schwerer, die aufzutragen und zu verteilen. Also eindeutig ja nicht so leichtgängig wie die Bodylotion. Aber nach so zwei, drei Minuten war halt das wirklich auf der Haut so regelrecht geschmolzen. Und hat wirklich einen richtig schönen, angenehmen Cremefilm hinterlassen. Aber nicht so unangenehm, dass man sagt, oh Gott, ich bin jetzt so voll mit Creme. Ich muss jetzt erstmal eine halbe Stunde lang hier nackt durch die Gegend tapsen, weil ich halt mich nicht mehr anziehen kann, weil das so viel Creme ist. Das war eindeutig nicht so. Haben mir also beide ziemlich gut gefallen, weil ich das einfach nicht erwartet habe, dass sie halt so gut mit der Haut verschmelzen und so ein schönes, ja reichhaltiges Pflegegefühl hinterlassen. Der war mir ein Ticken zu süß, der Duft. Also da haben auch meine ziemlich empfindlichen Hautpartien hier so im Dekolleté-Bereich, wenn irgendwie zu viele Duftstoffe in manchen Produkten drin sind, dann fängt es manchmal hier in dem Bereich bei mir so ein bisschen an zu jucken. Also da ist meine Haut irgendwie relativ empfindlich. Das ist bei dieser Creme passiert. Also glaube ich, sind da relativ viele Duftstoffe drin gewesen, einfach um diesen Keksduft irgendwie hinzubekommen. Bei der Creme ist es nicht passiert. Also war das wahrscheinlich moderat parfümiert. Und ich muss auch sagen, dass mir der Duft einen Ticken besser gefallen hat. Einmal klar, hat nach Orange gerochen. Das ist ja sowieso mein Favorit. Und an sich war dieser Duft halt insgesamt ein bisschen milder. Also wenn ich den nochmal finde bei DM, würde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Einfach irgendwie, wenn ich merke, okay, meine Haut braucht irgendwie eine extra Portion Pflege, was besonders reichhaltig ist, dann würde sich die auf jeden Fall sehr, sehr gut dafür eignen. Dann sind bei mir mal wieder, ja, Konzentratkapseln leer geworden. Einmal von Balea das Lift-Effekt-Konzentrat. Das habe ich jetzt abends verwendet. Ich verwende morgens immer das Vitamin-C-Konzentrat. Und abends probiere ich mich momentan durch verschiedene Konzentrate durch. Einmal mit Feuchtigkeit, einmal mit Retinol. Und jetzt habe ich das Lift-Effekt-Konzentrat von Balea mal ausprobiert. Das hat mir auch recht gut gefallen. Also es war eine etwas schwerere, ölige Konsistenz. Also die würde ich morgens jetzt zum Beispiel nicht verwenden, wenn ich noch weiß, ich möchte Make-up auftragen, weil bei so sehr öliger Pflege, ja, dann kann das Make-up bei mir oft nicht so richtig halten. Deswegen eher was für abends. Aber abends hat mir das eigentlich relativ gut gefallen. Also ich muss sagen, es hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die Retinol-Kapseln. Aber es war auf jeden Fall auch gut. Also ich würde das so einordnen, so irgendwo zwischen den Feuchtigkeitskapseln und den Retinol-Kapseln. Also ja, hat mir gefallen. Meine Haut hat auch irgendwie nicht reagiert auf irgendeine unangenehme Weise. Also würde ich mir wahrscheinlich nachkaufen. Aber ich habe halt noch ein paar andere Kapseln, die ich zuerst testen möchte. Und dann werde ich mich wahrscheinlich entscheiden, welche Kapseln es in meine Abendroutine schaffen. In meine Morgenroutine geschafft haben es auf jeden Fall die Vitamin-C-Konzentratkapseln. Da ist mal wieder eine Packung leer geworden. Ich verwende die ja jeden Morgen. Ich möchte erst mal die Packung, die ich habe, aufbrauchen. Und dann werde ich halt zu dem Vitamin-C-Serum erstmal übergehen, das ich mir letztens bei DM geholt habe. Einfach, weil ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen habe, dass ich einfach so viel Verpackungsmüll bei diesen Kapseln habe. Weil ihr seht, ich habe halt die Umverpackung, denn da drin ist halt diese Plastikverpackung mit der Alufolie. Und dann nochmal einzeln diese kleinen Kapseln, wo immer für jeden Morgen ein bisschen Konzentrat drin ist. Deswegen denke ich mir, wenn es jetzt auch wirklich damit geht, mit einer Flasche Serum mit 30 Milliliter, ja, dann würde ich das wahrscheinlich lieber machen. Aber ich muss halt das Serum erstmal ausprobieren und gucken, ob das halt ähnlich gut funktioniert wie das Konzentrat. Werde ich demnächst mal ausprobieren, aber ich habe halt erstmal noch ein paar Packungen von dem Konzentrat, die ich erstmal aufbrauchen werde. Und ja, funktioniert mega gut, gefällt mir so gut. Also meine Haut reagiert so positiv da drauf. Ich bin ganz begeistert von diesem Produkt. Und überraschend, ja, positiv gestimmt war ich auch von diesen Augenpads. Da habe ich ja gar nicht so viel von erwartet. Die hatte ich mir letztes Mal bei Action mitgenommen. Und was Augenpads angeht, bin ich ja so ein bisschen kritisch, weil ich bei denen von Iuti halt ein paar schlechte Erfahrungen gemacht habe. Die haben halt sehr, sehr stark gebrannt teilweise. Einmal sogar so stark, dass ich die sofort wieder entfernen musste. Und die anderen waren auch halt nicht so optimal. Deswegen war ich jetzt, ja, erstmal, ich bin mit niedrigen Erwartungen an die Augenpads rangegangen. Die waren halt deutlich anders als die Augenpads, die man bei Rossmann oder DM bekommt. Und das waren nämlich halt nicht diese dickeren, ja, Silikonkissen, sondern das waren halt praktisch wie so Ausschnitte von Tuchmasken. Also deutlich dünner, haben aber sehr, sehr gut auf der Haut gehaftet, waren sehr leicht, sehr dünn, sehr gut durchfeuchtet. Ich habe die dann auch eine halbe Stunde drauf gelassen. Ich hatte danach wirklich das Gefühl, dass der Bereich unter meinen Augen schön hydriert war, auch abgeschwollen war. Ich hatte an dem Tag halt so ein bisschen Augenringe, weil ich irgendwie nicht so gut geschlafen hatte. Da habe ich die aufgelegt und hatte wirklich das Gefühl, dass es sowohl halt von dem Gefühl als von der Optik besser geworden ist durch diese Augenpads. War ich wirklich positiv überrascht. Und das war ja ein Set mit vier Stück. Also ich habe jetzt noch drei Tütchen übrig. Und ich glaube, ich werde die dann halt regelmäßig mal anwenden. Also die haben mir wirklich überraschend gut gefallen. Es hat auch nichts gebrannt. Es gab keine unangenehme Reaktion unter den Augen. Also scheinen ziemlich gute Augenpads zu sein. Also bisher haben sich ja die Augenpads von Balea bei mir ganz gut bewährt. Und ich denke, die könnten auch in meine Pflegeroutine einziehen. Also da hat Action tatsächlich mal wieder ein gutes Pflegeprodukt im Sortiment, wo man halt denkt so, ach, probiere ich mal aus. Ja, ist günstig, nehme ich mit. Was soll schon passieren? Selbst wenn es denn halt nicht so toll ist, habe ich nicht so viel Geld ausgegeben. Aber es ist halt wirklich gut. Also manchmal hat Action halt wirklich absolut Top-Produkte bei sich im Sortiment. Also echt, ja, kann ich euch gelegentlich mal eine wirklich von Herzen kommende Empfehlung dalassen. Das war, ja, das war mein Aufgebraucht-Video. Das waren die Produkte, die ich in den vergangenen Tagen leer gemacht habe. Waren ja tatsächlich so einige. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps geben für Produkte, die ich ausprobiert habe. Und ja, die ihr vielleicht auch schon mal testen wolltet. Ich hatte auf jeden Fall mal wieder Spaß, euch zu präsentieren. Welche Pflegeprodukte ich verwendet habe und auch ein paar leckere Snacks dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid bei dem nächsten Video wieder mit dabei. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, eure Ramis.